Genau, der butscht hier erstmal mit dem magischen Dolch, der kaputt. Okay, hier kommt der Teil, glaube ich, nicht hoch. Okay, der Teil kommt hier hoch. Also, bitte da runter gehen. Danke. Ich habe gedacht, ich nehme die ganze Zeit Schaden. Aber der Sternumhang, da ist echt ein richtig gutes Item, zumal der noch total viel Schaden macht, ne? So richtig hart viel Schaden. Au. Wie weit noch? Wie weit? Er ist so hoch. Der Fuck. Warte mal, ich muss noch ein bisschen weiter runter. Ah, so geht das schneller. So geht das schneller. Oh, das Auge ist abgehauen. So, jetzt. Vielleicht, eventuell. Hä, WTF, wie lange brauch ich denn? Mein Gott. Warte mal, kommt wieder so ein Wyvern-Teil. Ich hände die immer irgendwie lieber Wyvern. Oh, da ist auch schon eins. Eine Habil. Gib mir deine Feder. Nein. Au. Warum habe ich jetzt Schaden genommen? Wie weit denn noch? Okay, nach Hause. Was soll ich denn jetzt mit dem Dreckblock hauen? Mit dem Dreckblock. Vor allem, warum kann er nicht die Federn aufsammeln, die die da rumschmeißen? Warte, da ist sie. Wenn ich hier mit den Insel, wo man ein bisschen besser drauf kämpfen kann, hoffentlich. Ah, okay, geht doch. So. Ich könnte die Truhe mit holen, aber irgendwie habe ich keinen Bock. So. Ein paar Harpien können kommen, aber wenn geht, kein Wy... Ich könnte die Truhe mit holen, aber ich habe keinen Bock. Mach der hier, baut die ab. Aber der kann ja auch nicht die Gedanken lesen. Bitte kein Wyvern, bitte kein Dings. Komm jetzt mal hier ein paar Harpien, bitte. Ich hasse dich. Du musst Wyvern teilen. Lindwurm, ey, Lindwurm LP. Warum ist der immer auf mich getriggert? Ich bin schwächer. Immer auf die Kleinen. Obwohl mein Bruder viel kleiner ist als ich. Aber der auch immer ein kleiner Bruder ist, aber egal. Aber ich bin halt ein bisschen schwächer als der. Oh Gott. Der ist mit LP, der ist mit LP, ey. Jetzt ist in... Oh. Ich bin hier eine Feder reingeraten. Wie ich jedes Mal nicht mitbekomme, dass der den Wyvern töte. Ich sehe das ja nie. Oh, ich habe fünf Federn. Ja, warte mal, ich habe fünf Federn mit Gold, ne? Hupsala. Wette mal, mein Bruder hat irgendwie 20 Federn oder so. Oder beide gibt mir die noch nicht, weil der irgendwie denkt, ich habe genug. Weil vor der Aufnahme habe ich gesagt, ich habe alle Items bis auf die Seelen des Flugs. Da, 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 da. Äh, da, 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 da. Da, da. Da, da. Da, da, da. Noch mal sehen, das flogen. Ja, ma. Geht doch mal alle sterben. Geht doch einfach alle sterben. Ich will dich da töten. Genau. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will da nur... Ich brauch da nur zwei, drei, fünf Federn. Boah. Kann man die nicht irgendwie auch anders holen, die scheiß Harpien da? Ich hätte das vorher farmen sollen, bevor es den Lindwurm gab. Vor der Fleischwand. Da wäre das um einiges einfacher gewesen. Jetzt kommt der Scheiß. Wurm da immer in die Quere. Ist überhaupt kein Wurm, ey. Fliege, fliege, fliege. Fliege, fliege, fliege. Ist der auch tot, ey? Jetzt bin ich nochmal gesto... Ich habe keinen Bock mehr. Ich gehe jetzt erstmal bei die Catherine und heile mich. Catherine. Heilen. Nein, Catherine. Catherine. Heilen. Geht doch. Cool. Wow. Glasblock. Der eigentlich gar kein Glasblock ist. Ich glaube, ich werde mich darüber noch ein bisschen aufregen, dass der immer da sein wird. Aber der ist so schön. Aber danach. Ich denke, wenn ich die Welt auf Singleplayer macht werde. Mich. Ehe die ganze Zeit. Ja. Ja. Ich kann gerade nicht reden. Nur so zu Info. Falls ihr jetzt denkt, mach doch mal den Mullhof, ey. Okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt gehe ich nach Hause. Jetzt gehe ich so einfach nach Hause. Jetzt gehe ich so einfach nach Hause. Ja, jetzt wiegt der in mein Haus rein. Ich kriege zu viel. Jetzt bin ich gestorben, weil ich hingefallen bin. Hallo, lass mich mal... Oh, cool. Ist in meinem Haus geplatzt. Vielleicht hat der Typ den da getötet. Ich will doch nur hab ihn. Und jetzt so eine dumme, fette Fehlgeburt an irgendwie Wurm. Oh. Wett mal, es kommt direkt wieder einer. Ich will da nur hab ihn. Ja, nid. Weißt du, bist da so dumme Federn, die mir total... Hallo, geht es mal da hoch? So dumme... Ja, jetzt bleibe ich einfach hier stehen. Auf Wieder. Auch Gott sei Dank. Jetzt hat der die eingesammelt. Gib mir die Federn! Oh, ich hatte das gehört. Jetzt ist der gestorben. Jetzt hat der nochmal so einen scheiß Wurm da beschworen. Nee, ich krieg zu viel. Ich krieg zu viel. Anstatt der mir die Federn gibt, dann muss man nur hören. Jetzt gib mir die Federn her. Ja, töt ruhig alle meine Mitbewohner. Ist okay. Wie viel Arbeit ist das denn, bitteschön, so ein Ding zu holen, wenn man zu schwach ist, um so einen Windwurm zu besiegen? Ich brauch doch nur noch vier Federn. Okay, eigentlich brauch ich fünf, aber mein Bruder hat die geklaut, die eine. Warte mal, unten war Geld. Jetzt ist der schon wieder gestorben. Ja, ich auch. Ey. Das ist doch unnormal. Vor allem, warum stirbt mein Bruder die ganze Zeit? Hat ultra die gute Ausrüstung. Jetzt ist der Jake gestorben. Ich hoffe, wie immer der heißt. Gib mir die Federn! 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 Ist der behinderte Kopf? Was macht ihr denn da? Da ist doch gar nichts. Doch, das sind die Seelen. Bah, kann der mir jetzt mal... Ach, der hört nicht. Ich muss gar nicht extra, wie der die aufnehmen, wenn nur um dem zu brüllen, dass der mir die Federn geben soll. Zumal der hat schon sein Zimmer direkt in die mir und hört dann trotzdem nicht. Vielleicht die Tür zu oder so. Voll die Verständigungsprobleme. Weh, da kommt jetzt noch so ein Vieh. Da oben liegt Geld! Ich laufe jetzt direkt weg. Oh, da liegt nochmal Geld! Jetzt habe ich genug Geld! Jetzt kommt wieder so ein Vieh. Pass auf. Ha, ich bin schon mal hier. Lieste ich den Kopf wegreißen? Warum sind das immer meine Grabsteine? Ah, da ist er auch schon. Eine Hapie. Oh, da hat eine Feder. Da hat eine Feder. Okay. Jetzt fehlen mir eigentlich nur noch drei, aber mein Bruder gibt mir die ja nicht. Komm schon. Hier ist doch eigentlich ganz gemütlich. Hier kommt kein so ein Scheiß. Wollwandvieh. Da kommen die Hapien. Die greifen mich an. Ich weiß noch, wo ich das so doof war, um die Hapien zu besiegen. Ich habe vorhin ein Headset geknallt. Warum sage ich mal Headset? Ich habe ja kein Headset. Federn! 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 Nicht seelend... Federn! Ja! Hui! Er hat mir Federn gegeben. Jetzt habe ich genug. Oh Gott sei Dank. Der hatte vier. Der hatte vier Stück. Der hatte ernsthaft vier Stück dabei. Oh Gott. Ich die ganze Zeit Federn! Federn! Jetzt habe ich... Also ich habe genau zehn gut. Oh Gott sei Dank. Da sind sie. Meine ersten Engelsflügel. Die total scheiße sein werden. Ich weiß es ganz genau. Well, Bewegungstempo. Ich gucke jetzt mal, ob die anderen können. Denn je nachdem, welche geiler sind. Ruhle ich mir einfach mal die... Vier Prozent Bewegungstempo. Okay, ruhig mir die da. Ist eigentlich dasselbe, nur weil das hier nicht so... ...ganz so schnell ist. Und das ist natürlich jetzt für eins. Nein, ich will die hier doch nicht haben. Hier vier Prozent Bewegungstempo. Die tue ich. Die tue ich. Die tue ich. Tue ich. Tue ich gegen die Scheiße da austauschen. Gegen die dummen Clown. Und jetzt... ...bin ich ein Engel und kann schweben. Hui. Ist das nicht schön? Warum habe ich so viel Scheiße dabei? Müll, 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 Müll. Müll. Müll, Müll, Müll. Und Geld. Habe ich auch ganz viel. Warte mal. Da oben ist noch was. Oh, das war jetzt ein bisschen dumm. Gut, dass man das da rausholen kann. Das hätte ich mir jetzt minimal aufgeregt. Aber ich habe ja noch einen Spiegel, Gott sei Dank. Ja, ja, meine Nase juckt. Ich finde das lustig. Ey, gib mir doch nicht die ganze Scheiße. Ich schmeiß die eh weg. Das ist so ein Spacko, ne? So ein Spacko. Vor allem, weil ich die eh wegschmeiße. Das ist doch kein Gold. Das darf jetzt mich verarschen. Müll, Müll, Müll. Och. Dumme Erze. Jetzt hat der mir noch mehr Scheiße gegeben. Ist das ein Trottel? Das steht ja da, wenn der da rein tut. Zumal der eh die ganze Zeit nur unnötig da oben rennt. Müll. Müll, Müll, Müll. Kein Bock, da jetzt einen zu sortieren. Äh, Linsen. Keine Ahnung. Jetzt kann ich die Quickstack ne halbe Stunde machen. Das verbraucht immer so viel Zeit. Wo sind meine ganzen Kisten? Ach da. Ja, die Sterne kommen da oben rein. So, und jetzt kann ich endlich fliegen. Und jetzt könnten wir eigentlich Adamantik-Farm gehen, würde ich sagen. Und dann baue ich mir daraus ne Rüstung. Warte mal, was habe ich denn hier so für Vorräte? Ich hab 16 Barren. Und 60 davon. Das werde ich jetzt mal einschmelzen. Ach, ich muss erst mal so ne Adamantik-Schmiede bauen, ne? Wie macht man das denn? Wie macht man das denn? Mit Rüppern? Ja. Wie, wie, wie schmell? Wie macht man denn so ein Barren-Ofen-Dings da? Warte mal. Da ist ein. Adamantik-Schmiede. Man muss ne Höllen-Schmiede und 30 von den Erzdingern. Ach so, okay. Dann würde ich sagen, klopfen wir mal die Höllen-Schmiede ab, ne? Und dann, ne? Ach, Mithril-Anbrust, ich wollte gerade sagen, dann habe ich keinen Ofen mehr. Ey, ist mir hingefallen. Da ist sie. Gut, die kann eh keine Werte bekommen, da muss ich mich nicht drauf freuen, ob die jetzt gut oder schlecht ist, denn das ist ne Schmiede. Magno! Scheiße. Oh, die sieht ganz so beschissen, als ich gedacht habe. Die sieht aber nicht symmetrisch aus. Kann ich nicht vereinbaren. Jetzt hat der Spakko die eingesammelt. Warum? Wollte ich Mull den an, obwohl ich gar nichts dafür kann. So, und jetzt würde ich mal sagen, schmelse ich mal den Kot da ein. Boah, das war teuer. Äh, warte mal, ich kann gar nichts daraus bauen. Nö, kein Schnitt, so wie das aussieht. Doch, 12. Ach so, Ambus. Ambus. Adamantithelme. Die sehen alle geil aus, die Helme. Aber ich finde eigentlich sogar noch, dass der Zauberhut hier von dem geilsten aussieht. Ich meine, guck dich das mal an. Adamantithopfschutz, das sieht doch mal richtig gut aus. Beinschützer brauchen 18. Könnte ich mir auch noch herstellen. Aber ich denke, ich werde erstmal... Warte, ich kann das denn genau. Erhöht maximale Mager. Erhöht maximale Mager, ist klar. Magischer Schaden und kritische Trefferchance um 11 erhöht. Mach ich mir erstmal das. Warte, das ist eigentlich ziemlich dumm, weil ich den eh nicht so oft anhaben werde. Weil wegen, ne, hier. Helm und so. Weil wegen, ne, hier Helm und so. Jetzt bin ich mal gespannt. Bam. Uh, das sieht geil aus. Das sieht richtig geil aus. Vor allem, guck mal, wie viel Mana ich jetzt hab. Ja, Kristallstorm. Das klingt mein Timer, warum auch immer. Boah. Okay, das ist schon mal recht akzeptabel, ne. Mein Bruder hat auch so eine Rüstung. Mir fehlen noch die Stiefel davon. Okay, der hat die Stiefel. Wieso pulsiert der jetzt? Da macht mir Angst. Bitte, F. Geh weg. Geh weg. Wir haben letztens übrigens mal der PvP getestet, wie das so ist. Das war eigentlich ganz lustig. Das ging ganz schön zur Sache. Nur ich bin die ganze Zeit gestorben. Und hab verloren. Und war traurig. Und hab angefangen zu heulen. Jetzt hab ich eigentlich schon eine ganz okayige Ausrüstung. Jetzt wird in die Hölle gegangen. Danach Adamantik gefarmt. Ich tue mir hier kurz mit dem Helm rein. Und jetzt wird gefarmt. Komm mit. Wie. Wie. Au. Wie immer das möglich war. Ach, ich hab ja jetzt keinen Fallschirm. Ich prob mir ganz Augen zu machen. Jiii. Ja, dann falle ich mal, ne. Ist jetzt vermutlich sehr dunkel für euch. Aber. Ja, ne. Ja. Wie viel Rüstung hab ich denn jetzt? Vermutlich nicht viel mehr. Weil das ist ja nur ein Zauberhelm. Ich bin gelandet. Ach, da steht ja da 19. Hält auch. Zwei mehr als vorher. Och, sterb, ey. Ich balle jetzt mal ein bisschen hier mit rum. Oder hier mit. Oder da mit. Irgendwie find ich die verfluchten Flammen hier cool. Die sind so. Oh, sie machen die Licht. Oster, die machen die Licht. Ah, ich kann jetzt ultra hoch fliegen. Geil. Okay, ich muss doch leider den Minenhelm anziehen. So dunkel wie das hier ist. Das geht ja mal gar nicht. Bah, wir hatten jetzt die Scheiße eingesammelt. Okay, da wär ich aber egal. Müll, Müll, Aua. Ich hätte gerne irgendwie ein Zauberschwert. Also so ein Schwert hat halt Mana benutzt oder so. Und dann ist das halt aber dafür saustark. Man hat irgendwie so 50 Schaden oder so. Jetzt kommt da so ein dummes Scheißschwert angeflogen. Stört bitte. Und da find ich auch cool, wenn die Schwerter da oder so mit so einer Wahrscheinlichkeit von 0,001% oder so einfach so mal so ein Schwert troppen würden. Das wird auch richtig cool. Das wäre richtig cool, finde ich. Aber nein. Gibt's nicht. Ja, ich weiß gar nicht, wo genau am besten das Adamantit und so sein soll. Ich denke, das hängt hier über einer Decke rum. Aber ob ich das jetzt finde, ist auch nochmal eine andere Sache. Ist hier vielleicht was? Ich glaube, vielleicht in die andere Richtung gehen soll, weil ich glaube, mein Bruder ist schon mal hier entlang gegangen mit mir. Und da haben wir danach gesucht. Gut, wenn wir was gefunden haben, haben wir das vermutlich logischerweise auch abgebaut. Ich will noch mehr Voodoo-Dämon haben. Macht er noch mehr Schaden? Ist okay. Ich bin so froh, wenn ich die beste Rüstung habe. Schein. Vielen Dank.